Jan ist heute fleißig dabei, den Rinderstall auszumisten und er bringt jetzt einmal was zum Misthaufen hin. Das wird dann alles im Herbst auf die Weiden mit dem großen Miststreuer verstreut, damit das dann quasi auch wieder Dünger für unsere Weiden ist. Genau und Jan fängt heute schon mal damit an, damit wir damit so langsam vorankommen und dann wird das zur Stahlsaison hin alles wieder schön eingestreut, damit die Kühe und die Ochsen wieder einen schönen Platz haben, um sich hinzulegen. Sollte 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 Untertitelung des ZDF, 2020